Jedes Jahr ereignen sich viele Autounfälle bei Geschwindigkeiten von 50 Stundenkilometer oder mehr. Insbesondere Kinder sind gefährdet und daher ist die Fahrtrichtung ihres Kindes im Autokindersitz sehr wichtig. Wir wenden uns jetzt der Frage zu, was geschieht, wenn ihr Kind in einem Kindersitz vorwärtsgerichtet sitzt und ihr Auto einen Frontalunfall hat. Wenn ihr Kind vorwärtsgerichtet sitzt, wirken große Kräfte auf den Schulter- und Nackenbereich sowie auf den Kopf des Kindes ein. Dies kann tödlich enden oder bleibende Schäden oder Verletzungen, wie beispielsweise eine lebenslange Lähmung, verursachen. Sitzt ihr Kind bei einem Frontalunfall rückwärtsgerichtet, so verteilen sich die einwertenden Kräfte über einen größeren Bereich des Körpers und die Belastung auf Nacken, Hals und Kopf ist wesentlich geringer. Sitzt ihr Kind bei einem Frontalunfall rückwärtsgerichtet, so verringert sich das Risiko schwerwiegender oder bei tödlicher Verletzungen um mehr als 90%. Kinder sollten daher grundsätzlich so lange wie möglich rückwärtsgerichtet sitzen, zumindest aber bis zum Alter von vier Jahren.